was heißt dass der letzte tag vielleicht sogar ein paar vielleicht über eine stunde wo kann ich denn hier runter ohne fallschaden zu kriegen also ihr habt gesagt die apokalypse geht jetzt eigentlich viel zu schnell ja ja das ist natürlich scheiße komm runter hühnchen ja komm runter ja komm runter ja guck mal wie ich das mit dem hühnchen kann ey das folgt mir auf dem fuß hier guck mal niklas wie krass das ist ich baue mal kurz hier ab das hühnchen folgt mir die ganze zeit ohne irgendwelche probleme aber durch die tür willst du nicht nein nein nicht schieben nicht schieben vielleicht hat es eine türphobie ja ich baue mal kurz die tür ab das hühnchen ist weg richtig scheiße aus interessiert mich nicht das ist hardcore wo ist das hühnchen hin das ist harder denn hardcore oder das hühnchen ist weg ach egal ich hol mal ich hol mal ein neues hier ist nirgendwo ein richtiger gang nach oben das ist das richtigste wir sind einfach ein hardcore und die wollen in hardcore eine schöne sache bauen alter ja weißt du egal wie das ist in hardcore wie alles aussieht hier ist das hühnchen tobi hier ist das hühnchen dann warte mal oh oh da liegt noch ein ei was natürlich mal nicht und lockst auch erstmal nicht wir warten bis das eier liegt ich habe einfach aus der seen zwei ich habe einfach aus der seen zwei rails mitgenommen und das war einfach so scheiße sind einfach vier kisten oder so habe ich gesehen der tour breaks aber einfach vier kisten oder so ne ich konnte sie einfach nicht öffnen ich verliere immer mehr leben so dumm was machst du denn eigentlich wo bist du denn oben wo oben zeig mir wo du bist dann helfe ich dir äh nee nee alter was macht das hühnchen da guck mal das hühnchen tötter einfach seine base ach ne wartet mal bis es das eier legt wollen wir das töten nein nein es muss eier legen oh guck mal jetzt folgt es mir oh das war jetzt blöd jetzt folgt es nämlich nicht mehr äh ich habe noch ein ei hast du irgendwie knochen oder so drüber warum ich habe gerade das ei geworfen und jetzt ist es jetzt ist es weg also gib mir mal samen drop mir mal samen was soll das bringen ich muss das hühnchen in die ecke bringen sonst komme ich hier nicht raus gib mir mal auch die samen das kannst du stoppen das geht hier natürlich natürlich dann mach hier durch aber hier kann das hühnchen drüber springen pass auf das wird sterben das hühnchen hast du noch ins arm da ist das hühnchen behindert nee doch jetzt habe ich wieder heilsam hier ist tut mir leid leute aber wir haben ein geistig behindertes hühnchen hallo wir sind die anstrengende geistig behinderte was machst du denn auch du hast es nicht wirklich geschafft dass es abhaut ich habe so schön da reingemacht warum warum geht ihr da rein das ist nicht dafür gedacht dass wir da reingehen es macht wieder breakdance alter jetzt kommen das andere hühnchen kann direkt mitkommen hallo hühnchen ja aber du schiebst rein schiebst rein schiebst rein wir noch ein samen oh jetzt ist weg aber warte warte ist das hühnchen gell nein nein pass auf die wollen sich paaren er ist doch geil das kind mit der mutter das ist nicht die mutter das ist doch eigentlich könnte schon biologisch möglich sein dass das die mutter haut mal rein oder ich zentiere es einfach wir brauchen samen ich habe einen ja dann gib mal erhol die mal her auf jetzt langsam hoch langsam nicht schnell wir sollten lieber gold finden sonst sterben wir noch ja ich in der mine war noch ganz viel gold aber problem ist halt wenn die höhle abgehauen die mongos dann tötet sie nein wir brauchen das fleisch ich habe es einfach so zugebaut okay vielleicht kommen jetzt mit bringen da doch hoch du mongohühnchen leiter das wagt in der wand das ist gut befreiungsaktion alter es rennt einfach weiterhin in die wand bist du behindert ich befreie das einfach und es rennt weiter was ist das hier eigentlich so für ein komischer riesenraum bring raus okay geil das kann nicht mehr abhauen das war vielleicht dieser wasser unendliche wasserquellenraum von der eco hallo 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 ja sogar spieler bühne hallo 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 die wilde und schule hat das so geistig die hirnchen ne alter halte die hirnchen sind so scheiß jetzt kommt mit soll ich das jetzt einfach jetzt so ich jetzt einfach einem die samen geben mhm warte vielleicht kriege ich das hier rein durch diesen unnötigen raum Scheiße, ich komm hier nicht mehr raus. Oh Gott! Ich bin übelst weit runtergefallen irgendwo. Soll ich jetzt die Hühnchen einfach töten? Oh Gott, ich hab noch drei Herzen. Es tötet die Hühnchen, das eine ist jetzt sogar abgehauen aus der Höhle, Alter. Ist da richtig was entdecken, Alter. Guck mal, das Hühnchen. Es ist jetzt endlich wieder Tag? Nein. Ich hab's getötet. Tut mir leid, Baby, Hühnchen muss auch dran glauben. Ich brauch Unterstützung. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Oh, oh nein! Ah! Ich bin irgendwo in so einen Stripmine gegangen. Also da... Bei unseren Räumen, bei unseren Zimmern, ne? Geh mal zu unseren Zimmern. Guck mal, ihr seht... Da geht so eine Treppe nach unten. Da geht so eine Treppe nach unten. Links, wenn man zu unserem Zimmer geht, geht so eine Treppe links nach unten, ne? Ja. So, da runter und dann rechts ist auch noch mal ein Riesengang, denn da unten... Oh, du kommst ja schon. Hi. Gut, aber ich will jetzt eigentlich nicht so viel... Ja, einfach 25 Eisen probieren. Ich bin da aus zu sehen runtergefallen halt. Und Slime. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich mich irgendwo sonst so runter bauen kann. Ey, hast du schon voll Iron, Nortex? Oh Gott, wir brauchen Trinkgold, ich brauch Leben. Ja, was? Hast du schon, äh, voll Iron? Nein. Ja, dann nehmt ihr euch. Da sind noch 26 Eisen noch so drinnen gebracht worden. Mach ich gleich. Wo bist du, Nort... Ey, komm mal zum... Komm mal zur... Hier hoch? Ja, komm 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 komm. Ich brauch Trinkgold, ich brauch Trinkgoldapfel, ich hab nur 2,5 Herzen. Okay. Da ist sie. Habt ihr schon einen Goldapfel oder so? Wo seid ihr denn in die Hühle gegangen? Ja, wir kommen jetzt gerade nach oben. Wir kommen zurück. Ich weiß gar nicht... Ach hier. Ich darf jetzt nichts mehr machen, sonst sterbe ich. Ich weiß nicht, wie ihr da hingegangen seid. Wir sind jetzt in unserer Base. Ja, ach hier... Wo seid ihr denn hier reingekommen? Na, hier runter. Ach hier. Und dann rechts da. Hier, rechts runter. Hier. Soll ich mal nach dir erst meinen? Ja ne, such nach Gold. Ich werde sterben, ich hab 4 Herzen verloren. Bist du runtergefallen da? Nee, aber ich hab grad eben 4 Herzen verloren. Ach so. Warte, ich komm ein bisschen und unterstütze dich. Halt mich ein bisschen hinten. Okay, ich höre ganz viele Zombies. Und ganz viele meine ich ganz viele. Also da sind auf jeden Fall richtig viele Skelette. Hier können wir runtergehen, ne? Hier. Deko. Ja, ich hab gedacht, da wäre irgendwas gefährliches. Ne, ne, da waren nur ganz viele Zombies und Skelette. Da ist... Ah, hier ist der... Ich helse die Schluch... Skelett. Nicht dahin gehen. Nicht. Also hier bin ich auf jeden Fall runtergefallen. Hier so 5 Lücke runter. Geknallt erstmal. Das wird das... Das Skelett wird dich töten. Und dann war hier links ein Skelett hier. Also ich hab einfach 31 Eisenhaut im Momentar. Da unten sind Dias. Oh. Hast du ne Crafting-Match mit? Ne. Aber... Doch, doch, ich hab genug... Ich hab ne Eisenhacke mit. Ich hab ne Eisenhacke mit. Scheiße, ich hab keine Crafting-Match. Ich hab... Wir haben alle ne Eisenhacke, glaube ich. Aber ich hab keine... Nein, ich hab keine Notex. Drop mal. Ich will dieses glorreiche Ereignis einweihen. Ey komm, ich hab sie gefunden. Gib Drop mal bitte. Ja, ja, ist okay. Nein, 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 nein. Komm. Jetzt. Jetzt. Jetzt gibt's. Jetzt gibt's. Oh Gott, hier unten sind richtig viele Mobs. Nein! Ohhhhhhh. Du bist halt so dumm. Ich hab nichts gemacht. Tadaadaadaadaadaadaadaadaadaaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadadaed detached. Ich hab's. Ich hab's. Denko, gib mal die Spitzhacke wieder. Hier. Ah, ne, falsche. Irgendwo muss doch hier Gold sein. Kann doch nicht sein, dass jetzt hier kein Gold ist. Alter, Tor Breaks, pass einfach auf. Oh Gott, hier ist noch irgendwo Zombie. Oh Gott. Da. Zwei, drei. Wenn einer von uns stirbt, dann machen die anderen doch noch weiter, oder? Vier. Ja. Sollen wir Redzoom? Ja, Redzoom brauchen wir unbedingt. Für Level. Für. Ja, erstmal für Level und später fürs Brauen. Also, ein bisschen Redzoom. Oh Gott. Okay, Leute. Hier hat jemand ein Iron Man mitgenommen. Ah, Nortex, komm mal zurück. Was? Hast du Holz mit? Äh, ne. Mini Zombie! Mini Zombie! Okay. Er kommt, er kommt, er kommt. Okay, er ist tot. Nortex, komm mal. Hast du, hast du Holz? Nein, hab ich nicht. Was ist denn da hinten? Das bist du, oder? Ja. Du geh grad ein bisschen nach Gold. Leute, hier ist doch voll viel Gold. Also, zumindest ein Gold. Ein Gold. So, wie viel Gold haben wir jetzt insgesamt? Von wo sind wir hergekommen? Alter, Torbrex, komm und zeig noch, von woher wir gekommen sind. Äh, von da, von da. Hinter die Skelett! Nein! Nein! Ah! Ich wurde getroffen. Ich darf's nicht schlagen! Es ist unsterblich? Nein. Ich hab's. Oh Gott. Wie viele Herzen hast du, Torbrex? Zwei. Geil. Also, wo geht's hier raus? Äh, da wo die Packel, äh, da wo diese Treppe nach oben ist. Es hängt grad bei mir, Leute. Ja, aber ich brauch, wir brauchen Trinkgold. Ja, aber dann geh du doch hoch und wir suchen. Was soll ich oben machen? Ja, irgendwie bauen oder so. Okay, ich geh hoch. Lauf, Torbrex. Wenn ich jetzt auf dem Weg nach oben sterbe, das wäre so fail. Okay, also da, wo Torbrex ist, geht's so. Ja. Aber, bleib du mal mit unten jetzt. Wir müssen ein bisschen Gold sammeln. Nein, ich hol, äh, ich hol' einen Eimer. Ich muss Lava holen, dann können wir ein Nether-Portal bauen. Okay. Oh Gott, ich hab' Zombies. Okay. Lauf, Torbrex. Lauf einfach, Mann. Boah, ich hab' dich schon 3-mal oder 4-mal gerettet, Alter. 2-mal, 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 Alter. Ich hab' dir jetzt einfach schon 3-4-mal vor Skeletten gerettet. Ja. Oh Gott. Erstmal, erstmal ein bisschen eher hinten. No, hier ist Zombie mit voller Lederrüsten, Alter. Ich hätte grad fast Torbrex einfach mit dem Schwert geschlagen. Wieso? Weil Torbrex einfach durch die Gegend geleckt ist. Oh. Ja, ja, ist halt gerade bei mir ein bisschen geleckt. Also, wo ist die unendliche Wasserquelle? Hier. Hier. Wo ich bin. Hier ist einfach Wasser raus, ne? Oh, fuck. Ne. Doch. Hier, ich hab' Gold. Ich hab' gesagt, okay. Achso. Ähm. Ich hab' ganz viel Gold. Ich hab' hier runter. Echt? Ja, oder 5 oder so. Ja, okay. Reicht aber trotzdem. Wow, wir konnten uns schon ein Brot craften. Oha. Okay, wir haben jetzt zwei Gold. Zwei Gold sind schon hier oben. Ich hab' noch vier. Das reicht noch nicht. Meins, es wär' jetzt einfach... Zombies! Wo sind die? Wer hat denn hier alles halb offen gelassen? Die Base muss mir gefällig sicher sein. Ich hab' nochmal Gold gefunden. Okay. Nortex. Komm' mal, komm' mal zurück. Komm' mal hierhin, wo ich bin. Wollte ich mal durch die Wand oder so. Hier sind zwei Gold mindestens. Du. Da hinten. Oh Gott, Gold. 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 Oh Leute, ist das schwankend. Oh Gott. Aha, da ist der Name. Warte kurz. Okay, wir haben zwei Gold oben. Ihr habt? Ich hab' vier. Hier sind noch zwei. Also mindestens. Dann fehlt uns immer noch eins. Nein, acht Gold braucht man von Goldapfel. Achso, stimmt ja. Oh Gott, ich bin gut. Aber wir haben keinen Apfel. Hä? Haben wir keinen Apfel? Woher denn? Muss ich in den Baum fällen gehen? Sind noch Bäume oben? Wahrscheinlich nicht. Ja, gucken wir, ob Tag ist dann. Tag ist auf jeden Fall. Ja, okay. Alter. Alter, du bist. Ich glaub' nicht, dass überhaupt... 1, 2, 3, 4, mindestens 4 Gold. Okay, das ist gut. 5 Gold. Wir sollten uns dann lieber auf Melonentränke konzentrieren. Äh, Melonentränke. Geil. Wo komm' ich da zurück? Weil ich muss zur Lava. Äh, komm mit hier lang. Geh'n von mir durch. Komm' ich. Ich hab' jetzt ein Wasser einmal, aber kein Lava. Uhuhuhu. Da hinten ist ein Zorn hier mit Lederrüstung. Weiß. Das hab' ich doch gesagt. Ich hab' ein halbes Herz. Falsschaden. Kassi. Oh Gott. Ich bin so dumm. Ich dachte schon, du hast ein halbes Herz. Okay, also wo ist hier Lava? Äh, warte kurz. Da unten. Ich seh's. Ich brauch' Lava. Oh, bitte. Bete einfach, dass ich jetzt nicht sterbe. Ich hab' Lava. Ich hab' Lava. Gut, wozu brauch'n wir jetzt Lava eigentlich? Ähm. Letzter Portal. Obsidian brauchen wir eigentlich eher. Warte. 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 Also oben haben wir sowieso ne Wasserquelle, ne? Leute, oben haben wir sowieso ne Wasserquelle, ne? Ja. Ja. Weil wir doch die drei Dias gekriegt haben. Niklas. Ja, ja. Warte. Warte, hier geht's gar nicht lang. Hier, dann hol' ich noch ne Lava. Oh, geil. Okay. Warte, dann mach' ich auch ne unendliche Lavaquelle. Okay, ich komm' jetzt erst mal zu dir hoch, Rubi, und gib' dir's Gold. Warte noch auf mich, Nortex, komm' auch mit hoch. Also die ganzen Bäume haben keinen einzigen Apfel gegeben. Nortex, wo bist du? Ich komm' auch hoch. Spinne! Warte, warte, ich hätte... Spinne ist auf Fallschaden gestorben, einfach so. Toll. Die Ränder von der Formel ist falsch. Guck mal. Hier, hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Skelett! Fuck, fuck, fuck. Lauf. Lauf einfach. God. groom, BOY, Steven. ihr seht mit allen wirst automatischen